Bei der ZBD handelt es sich um eine chronische Lungenentkrankung, die mit dem Rauchen oft assoziiert ist. Die Patienten sind schon schwer krank und die brauchen auf jeden Fall eine intensive und engmaschige Betreuung. Das Ziel ist eben, dass man vermeidet, dass solche Patienten Infektionen bekommen und deswegen ist natürlich die Begleitung des Pneumologen sehr, sehr, sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020